Perfekt, Stufenaufstieg. So, Blöden Viecher. So, da ist ein Herz, ich glaube, das war ja noch. Na cool, hab ich auch noch gekriegt, geil. Erstmal schnell zum Portpunkt, dann mach ich das Herz und dann gehe ich weiter nach rechts. Tötet die Ober- und ihre Haustiere, sabotiert ihre Lebensmittelvorräte, hm? No problem, no problem. Das ist halt weh, du Arsch. Ich glaube, ich suche mal kurz neue Waffen im Shop raus. Ich brauche mal neue Waffen. Mal nachdenken, was hat er noch mal gesagt? Welche Waffen kann ich noch mal tragen? Nein, das war es falsch. Waffenfertigkeiten, genau. Also, bei einem war es Dolch und Nebenhand, Kriegs... Ne, doch, Kriegshorn. Axt und Fokus, Dolch und Kriegshorn. Genau, das war's. Ich glaube, wir machen erstmal das Herz fertig. Ja, irgendwie so gerne selbst in die Luft. Scheiße! Waren Volltreffer hier, Vollposten. Lauf, Schlampe, lauf! Oh, ein Veteran. Das sind doch auch Lebensmittel für die, oder? Kloppt mich nieder! Ich bring euch alle um! Ja, alle Kühe auf mich! Willkommen beim Stream! Mir doch egal, dass du nie atmen kannst. Komm, komm zur Mine! Ich bring euch alle nach, Neugier. TAST! TAMählt er! AST! Ah, okay. Ah, Lips, Mittelvorräter sind bitte da. Schrotten. Schrotten. Und noch ein Schrotten, dann bin ich durch. Ich glaube, ich gehe noch dahin und dahin. Dann importe ich mich zurück zu diesem Portpunkt, dann geht es hier schnell. Scheiße. Krüppel dich durch! Schade, komm ich durch. Schade. Irgendwie muss ich jetzt schnell zum Aussichtspunkt kommen und ich denke mal, ich weiß welcher Aussichtspunkt das ist, den ich überhaupt nicht mag. Oh, scheiße. Komm, 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 komm. Komm, lauf. Spring rüber. Jetzt reicht's mir, jetzt bring ich ihn um. Wir kommen beim Stream. Dumme Töle. Ich weiß, ich weiß, dass man da rüber springen kann, das weiß ich ganz genau. Ich hab's zumindest immer früher gemacht. Früher. Er leckt mich doch jetzt, lass ich's einfach in Gegend mit da lang. Ähm... Ja, dumm ich auch. Ich war mir irgendwie klar, dass er lieber auf ihn geht als auf mich. Aber na gut. Äh, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber für ein Damage, äh... Damage, 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 Damage... Verdammt, ich hab' vergessen, was das für ein Typ ist. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich bin im Kampf. Wie kann ich im Kampf sein? So. Ich bin mal ganz kurz abbeten, gleich zurück. Muss mal kurz auf eure Toilette. Bis gleich. ... Ich bin mal kurz. Mislbe 재미in�도. Vielen Dank. So, und wieder zurück. Jam jam, jetzt gibt es einen Gum-Gum. Nee, Spaß, gibt es gerade nicht. Dann gehen wir nach da unten hin. Dann gehen wir nach unten hin. So eine Scheiße. Da fällt mir ein. Neue Axt. Erst mal eine neue Axt. Nehmen wir es mal alle. Throt. Throt. Fuck you. Die ist akzeptabel. Wir kommen beim Stream. Wer kloppt denn da auf mich ein? Der ist auch nicht sehr freundlich. Die ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Der ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. so was nehmen als nächstes ein fokus weg sagen mal nachdenken was man bei der axt bei der axt waren fokus ne dann deutsch war beim deutsch verdammt was war ein deutsch nein